Es ist nicht einst dahingefallen von allen seinen guten Worten, die der Herr geredet hat durch seinen Knecht Mose. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus dem ersten Königebuch, Kapitel 8, Vers 56. Das Setting, Kapitel 8, das erste Königebuch, ist ein langes Dankgebet von König Salomo zur Einweihung des Tempels in Jerusalem. David hatte davon geträumt, diese Vision, den Tempel zu bauen und Gott hat gesagt, nein, dein Sohn Salomo soll das tun und jetzt ist es soweit. Und der Tempel wird eingeweiht und Salomo schaut zurück, Salomo schaut nach vorne. Und eine Sache, die er betont, ist die große Treue Gottes. Gott ist treu. Gott ist verlässlich. Gott steht zu seinem Wort. Das ist hier das Bekenntnis. Es ist nicht eins von seinen Worten dahingefallen. Also, ja, vielleicht wie ein Pfeil, der auf ein Ziel abgeschossen wird, aber dann irgendwo in die Botanik knallt und eben nicht das Ziel trifft. Nicht ein Wort ist fruchtlos geblieben, leer zurückgekommen, wie das bei dem Prophet mal heißt. Das heißt, jedes Wort hat getroffen. Salomo greift hier ein Wort auf. Das finden wir schon im Joshua-Buch, Kapitel 21, also gegen Ende der Einnahme des verheißenen Landes. Und interessant ist, da ist eigentlich noch einiges offen. Sie haben noch gar nicht das ganze Land übernommen. Und doch ist klar, Gott hat Wort gehalten. Gott ist treu. Gott vergisst nicht, was er gesagt hat. Im vierten Buch Mose 23,19 heißt es mal, Gott ist nicht ein Mensch, das er lügt. Er sollte etwas sagen und nicht tun. Er überlegt es sich nicht anders. Und das ist die Ermutigung an diesem Tag, aus diesem Vers. Gott steht zu seinem Wort. Gott, wenn du Zusagen Gottes in seinem Wort findest, wenn du Zusagen Gottes empfangen hast, darfst du wissen, er hält sie ein. Manchmal anders, manchmal überraschend. Ja, manchmal müssen wir nochmal eine Runde drehen und sagen, wie war das denn jetzt gemeint? Ich habe mir das anders vorgestellt, wie du dieses Wort erfüllen würdest. Das finden wir auch schon in der Bibel immer wieder. Aber sein Charakter ist, er ist treu, er ist zuverlässig. Und wenn wir über die Zuverlässigkeit von Gottes Wort reden, man kann sich da in philosophischen Feinheiten verlieren. Was ist jetzt ein Irrtum? Was ist Irrtumslosigkeit? Was ist Bibeltreue? Und was es da alles an Begriffen gibt? Ich finde, die sind schon hilfreich, aber da muss man die wieder definieren. Aber dahinter steht immer diese Erkenntnis, da ist ein Gott. Nicht als zunächst ein Text, sondern da ist eine Person, ein Gott, der Wort hält. Und deshalb vertraue ich dann auch dem geschriebenen Wort und sage, ja, ich glaube nicht, dass Gott sich widerspricht. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwas sagt und sich es dann anders überlegt, weil er treu und zuverlässig ist. Aber das ist der Kern. Auf ihn kannst du wirklich dein Leben bauen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Herr, ich preise dich, dass du so treu bist. Ich preise dich, dass Salomo das so bekennen konnte. Ich preise dich, weil ich das immer wieder erlebt habe. Du stehst zu deinen Zusagen. Du hältst sie ein. Und es ist immer die Frage, ob wir dann treu sind, ob wir in deinen Worten unterwegs sind oder irgendwas ganz anderes machen. Aber du bist da. Und selbst wenn wir untreu sind, weiß Paulus, bist du doch noch treu. Denn du kannst dich nicht verleugnen. Danke. Danke für deine Treue. Halleluja. Amen. Amen.